Norddeutscher Rundfunk 2021 Andi, kennst du auf RTL Take Me Out? Ja, kennst du? Dann komm raus, das war's. Wenn ich von meinen Jungs einen vom Platz hole, dann ist es wie bei sportwetten.de, da habe ich immer eine gute Quote. Mensch Stefan, das Ding verlängern! Nimm die Hand aus der Hose! Boah, ich komme hier vor wie den Wagner auf Schalke, ey. Da bist du in der Kabine, Mastaktik. Ich kann da echt, ich kann mit dem Wagner gar nicht richtig mitfielen. Das ist Spaß. 0 zu 8 Niederlage, das hatten wir das letzte Mal vor 23 Jahren. Und da hatten wir in der Startelf 7 Mann. Bei sportwetten.de überlegen sie gerade, ob sie die Handicap-Wette umbenennen in Schalke 04 Wette. S04 kriegt dann immer so einen knappen Vorsprung. Stefan, du bewegst dich wie so ein alter PC. Den musst du auch jedes Mal hochfahren mit 32 Bit drin. Dem jungen Wilden sind auf dem Vormarsch. Das hier beim BVB, Rehner und Haarland. Ein Spring von dem Haarland über den Platz. Wie so ein Stier. Kenne ich von meinen Jungs. Sie sind nicht so schnell wie ein Stier, aber so stur. Ne, Ferdinand, klasse. Trippelt doch alle auf einmal aus. Sind ja nur elf. Der BVB legt jetzt bei den Rehner gleiche Kette an. Weil da ist Liverpool schon dran. Wobei ich mich frage, was will der Kloppo mit Giuseppe Rehner? Der ist mittlerweile 48. Der passt doch viel besser zu uns. Ey! Linienrichter! Wem winkst du denn? Bist du Fluglotse? Oder bei den Bayern Sanabri. Sané und Gnabri. Jetzt macht vom Gnabri der Torjubel auch Sinn hier. Der sagt immer Kaffee gerne, aber bitte mit Sané. Und dem Bayern-Vorstand erkläre ich das auf der Tribüne nochmal mit Abstand. Für die ist Covid-19 auch so Nahrungsergänzungsmittel aus Abu Dhabi. Rann da jetzt Männer! Bei dem Leistung verteile ich gleich Schlafsäcke! Sollte sich Gladbach auch mal überlegen. Bei den neuen Trikots. Habt ihr gesehen? Warte, ich hab hier... Wie das aussieht, ey. Wie ein Kör mit dem Frosch, der spucken muss. Was haben die sich bei der Farbe gedacht bei dem Entwurf da? Fertig? Bei uns sind die Farben deutlich gewählt. Sind meine Jungs zu blau, sehe ich schwarz. Stefan und Ferdinand, für mich seid ihr das magische Dreieck. Spielt ihr euch einen Ball hin und her, ist er immer weg.